So, das ist mal wieder ganz schönes passiert. Hier haben sich Musiker zu uns verirrt. Selten ist es der Fall, besonders wenn es so kalt ist. Aber heute ist es auch ein bisschen kälter als sonst, jetzt im Februar gewesen. Aber die Finger sind anscheinend noch beweglich, sodass die Gitarre gespielt werden kann. Und ich würde mich freuen. Ich habe gar nicht gefragt, wie die Band jetzt heißt. Halleluja, die Band heißt Krieger Gottes. Bitte.